Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine schöne Überraschung, wie ich finde. Ich habe ihr gesagt, ich werde in St. Peter-Ording anhalten. Dann hast du gesagt, ja, dann machen wir das doch so, dass du mal unseren Kunden besuchst, wo du mir Bilder im Februar gezeigt hast. Das heißt, wir sind jetzt hier in der Region im Norden. Wir sind im Großraum Heide. Irgendwo an der Nordseeküste nördlich von Hamburg. Genau, du bist hier hingefahren mit einer Fähre, hast da eine Stunde, zwei Stunden gebraucht. Ich bin mit dem Auto gekommen und fahre noch weiter in den Norden. So viel kann ich verraten. Ich werde tatsächlich diese berühmt-berüchtigte Bibliothek aus Oblivion suchen, beziehungsweise in dem Stadion sein aus Oblivion. Und dann könnt ihr überlegen, wo könnte das gewesen sein? Ich sage nur Europa. Ja, das stimmt. Das stimmt. Einigermaßen noch. Wir sind hier und, das hat es auch noch nicht gegeben, noch eine Premiere. Unser Kunde filmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Super, super, super. Hoffentlich erkennt man nicht den Daumen. Genau. Das habe ich schon mal gesehen. Genau. Wir sind in einem hervorragenden, wunderschön, noch nie gesehenen Vorzimmer in Kombination mit einem Kino. Genau. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier quasi im Gästezimmer und hinter diesem Gästezimmer war ein Hobbyraum. Der war einfach schon da. Und den haben wir dann im Februar ausgebaut zu einem Heimkino. Dieses Gästezimmer kann man sagen, ist jetzt mit angeschlossenem Heimkino. Man kann das dann hier auch mieten und kann dann mit dem Gästezimmer mit Übernachtung und Frühstück kann man hier dann... Okay, also gehen wir doch die Nummer an, ja? Ja, nein, machen wir nicht. Also es war nur Spaß. Also man kann hier keinen Urlaub machen, aber ist natürlich ein tolles Ambiente. Gästezimmer, daneben das Kino. Ja. Ihr seid zusammengekommen im 2022, ne? Genau. Der Kunde hat uns durch Zufall auf der Couch sitzend bei NTV gesehen, bei unserer NTV-Dokumentation, die immer noch in der Mediathek ist und sagte dann aus Spaß zu seiner Frau, auch sowas wäre doch schön. Und dummerweise oder glücklicherweise hat die Frau dann gesagt, ja stimmt. So, und so war dann der Startschuss gefallen und über den Andreas, Kontakt bei euch, bei Grobi. Klüppi. Viele Grüße an Klüppi, guter Job. Ist dann der Kunde letztendlich zu uns gekommen und wir haben dann geplant und gemacht und getan und haben das Kino dann im Februar gebaut. Was jetzt sogar, fällt mir gerade ein, sogar chronologisch hervorragend passt, weil das letzte Video war nämlich das Kino, was du im Januar gebaut hast, vom Christian. Habt ihr ja alle gesehen. Und das nächste Kino ist jetzt das, was im Februar dann gebaut worden ist, was ihr jetzt seht. Richtig. Und jetzt kommt nochmal so ein Punkt. Dunkle Höhle. Wir wissen ja, dass die Kunden sagen, also viele jedenfalls, ich hätte es gerne so duster wie möglich wegen Schwarzwert, wegen Kontrast, wegen was nicht allem. Aber es gibt doch einen gewissen Trend zu zweiter Variante. Wir wollen es etwas heller haben. Natürlich wollen wir keine weißen Wände haben. Das soll ja nicht aussehen wie, weiß nicht wo, Badezimmer oder was auch immer beim Schlachter. Nein, es soll natürlich schon urig und gemütlich sein. Es soll wohnlich sein. Es soll auch so sein, dass man sich mit Gästen und der Familie mal gerne darin auffällt und eben nicht nur eine schwarze Höhle hat. Familie besteht derzeit aus vier Personen und es gibt eine Menge Freunde, die, nachdem sie gehört haben, dass es hier ein Kino gibt, erstmal das nicht glauben wollten und dann wollten sie wohl nicht mal raus. So habe ich das so tendenzmäßig rausgegeben. Na, eher sogar andersrum. Wenn dann zum Kinoabend eingeladen wurde, haben die sich im Wohnzimmer an den auch nicht ganz so kleinen Fernseher gesetzt. Und dann sagte der Kunde immer, nee, hier nicht. Wir müssen in unseren Hobbyraum. Und dann war die Überraschung sehr groß. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal eine unfallfreie Drehung, weil jetzt gehen wir mal so, dass man das schöne gemütliche Bett hier sehen kann. Und nicht den Spiegel in der anderen Richtung. Ja, das muss man aufpassen. Genau, so, da sehen wir das. Und jetzt sind wir schon mittendrin. Was war das vorher? Das war ja mal geplant, ein Hobbyraum, ne? Genau, das war im Prinzip ein Atelier, wo man halt drin Bilder malen, Fotoarbeiten machen konnte, sowas. Und dann irgendwann wurde es, wie es ja häufig ist, so eine Abstellkammer, was überhaupt nicht despektierlich gemeint ist. Aber hier standen halt viele Sachen aus dem Garten und Gartenmöbel. So, und da haben wir jetzt das Kino reingebaut. Die Grundfläche, würde ich ja fast sagen, das war wie eine größere Garage oder sowas, ne? Also waren ungefähr, ganz grob, 6,70 Meter in der Breite, 3 Meter, in der Länge, Entschuldigung, genau. 3,55 Meter in der Breite und 2,40 Meter in der Höhe. Und genau, dann haben wir eben das klassische Kino halt hier reingebaut, nach seinen Wünschen und Vorstellungen. Und das ist das Ergebnis. Er hat viel recherchiert, hat viel gesehen, auch bei Mitbewerbern etc. Das habe ich auch noch rausbekommen. Und du warst der Erste, der sich gemeldet hat. Der Andreas. Und du nicht? Ach, der Andreas hat sich erst gemeldet. Und dann kamst du ins Spiel. Na, ist ja wunderbar. Deswegen sage ich ja, gut Job von Andreas. Ja, super, alles klar. Pass mal auf. Was mir auffällt, ist ein sehr angenehmer Teppich. Obwohl ich hier mit meinen Socken, ich hoffe, das filmt mich jetzt nicht von unten hier so. Ich bin auch im Urlaub. Also halb geschäftig. Da war ich noch am Mittwoch, nee, gar nicht wahr. Freitagabend bei guten Hans, ne? War wieder richtig toll. Seid er nach unten bewegt, die Kamera. Na wunderbar. Also, das ist ein sehr angenehmer Teppich. Geile Farbe. Wie würdest du die bezeichnen? Gibt es da einen Namen für? Also in der Tat, ich persönlich würde das als einen hellen Braunton oder Ocker bezeichnen. Der Stoff hieß in der Tat Schlammgrau. Wobei der nicht grau ist, der ist eher Braun. Also ich verstehe die Farbnamen, den verstehe ich nicht. Aber das ist tatsächlich so. Und den Teppich hat der Kunde sich dann in einem großen Teppichhandel selber ausgesucht. Hatte von uns ein Stoffmuster bekommen, um in der Farbe auch dann gleich passend zur Couch halt den richtigen Teppich zu finden. Und dieser Stoff muss aber akustisch irgendwelche Eigenschaften haben? Das ist der exakt gleiche Stoff wie unser schwarzer Akustikstoff, nur in einer anderen Farbe. Du willst mir damit sagen, du bist in der Lage, andere Farben anzubieten? Richtig. Na, ist doch super. Wir hatten die Farben ja auch mal im Shop, 32 Farben. Wir haben sie nur rausgenommen, weil es einfach keinen Sinn macht, von allen möglichen Farben ganze Rollen zu kaufen, um dann meterweise Stoff einfach überzuhaben, der da rumliegt und nicht benutzt wird. Okay, das ist das eine. Das andere ist, wenn der Monitor natürlich komplett schief eingestellt ist, dann sieht das natürlich nicht nach der Farbe aus, wie der Stoff nachher wäre, gell? Richtig. Aber von daher, also wer auch mal kein rein schwarzes Kino haben möchte, wir haben diesen Akustikstoff in allen möglichen Farben, verschicken auch gerne Farbmuster, so dass man sich dann entsprechend angucken kann, wo will man hin und was gefällt einem, was passt zum Rest der Einrichtung. Diese Hälfte der Kinos sollten wir auch mal zeigen, weil es ist ein gewaltiges Lümmelsofa hier. Ich habe da noch nie gesehen. Kennst du das da irgendwie so, wer das gemacht hat? Nee, den Hersteller kenne ich auch nicht, aber das wird er uns gleich bestimmt verraten. Dann würde ich das unten eingeben, meinst du, weil sonst kriegen wir ganz viele Fragen. Es sieht aber sehr, sehr urig aus, weil sehr angenehm. Dann hast du hier Fächer an den Seiten. Ich mach mal auf, ganz vorsichtig, da weiß man sich da noch nichts. Die Schipps sind weg. Becherhalter. Becherhalter. Genau. Sehr, sehr urig. Cool. Und du hast was für eine Entfernung jetzt zur Leinwand? Also die Leinwand ist drei Meter breit und wir sitzen tatsächlich auch drei Meter zehn, drei Meter fünfzehn weit weg. Also fast eins zu eins. Was ist das denn für ein Riesenapparat hier? Das ist die Klimaanlage mit Heizfunktion als Splitgerät. Komm mal rüber zu mir, sonst hat er gleich so weitwinklig sind wir nicht. Nein, das ist die Klimaanlage mit Heizfunktion, die hier auf Kundenwunsch vorher schon eingebaut wurde. Das weiße Kabel ist immer noch weiß. Das Provisorium, ne? Da hatten wir es ja vorher schon zu. Da habe ich ihn gefragt, ob das Kabel mittlerweile getauscht wurde. Ja, noch nicht ganz, aber fast schon. Ja, okay. Alles klar. Das ist jetzt hier. Das heißt, ihr habt das wieder davor gebaut. Ihr habt jetzt die drei Meter pur Sodiak verwendet. Wir haben nämlich keinen Rahmen drumherum, weil ihr wolltet so weit wie möglich das Ganze machen. Hätte nicht mehr gepasst. Hätte nicht mehr gepasst. Genau. Dahinter ist jetzt was alles versteckt. Dahinter sind die drei Lautsprecher. Vorne links, Center vorne rechts. Und die vier Subwoofer. Wir haben ein klassisches Single-Bus-Array hier mit Dayton-Audio, 12-Zoll-Chassis. Und die Lautsprecher sind aus der Nähe der Grenze, natürlich logischerweise aus Dänemark. Und das sind DALI Oberon Onwalls. Die haben sie mit dem Fahrrad gebracht, ne? Wolltest du damit sagen, oder was? Ja, oder mit dem Pferdekarren, keine Ahnung. Also Oberon Onwalls und eine Decke, das sehen wir ja gleich, sind Fassonsatt. Und die hast du nach vorne gezogen, damit du die Gradzahl einhältst? Die 30 Grad, genau. Perfekt. Er hat das doch gar nicht vorher gehört, oder? Richtig. Er wusste gar nicht, was ihn erwartet. Hattest du eine Vertrauenserweckende, oder war das der Andreas? Erst der Andreas und dann wahrscheinlich auch ich. Oder die NTV-Doku war so toll, oder keine Ahnung. Aber in der Tat hat der Kunde vorher weder Auge gehört, noch überhaupt wirklich gesehen, was ihn erwartet hat. Und die regionale Nähe zu Grobi war jetzt auch nicht unbedingt da, obwohl er beruflich mal in der Gegend zu tun hatte. Hat er es dann nicht zu euch geschafft und hat tatsächlich aufgrund der Telefonate und der Beratungsgespräche das hier zum Ergebnis bekommen. Und er hat gesagt, es ist jetzt ein halbes Jahr das Ganze ja fast im Einsatz, wird regelmäßig verwendet. Wenn die Kids nicht ab und zu mal Hallo noch sagen würden, die sind nämlich noch relativ kurz, wird ja auch ein Film an einem Stück durchgucken können, aber der Tag wird ja kommen. Es macht eine Riesenlaune. Richtig. Und das Kino wird regelmäßig benutzt, zwei bis dreimal die Woche. Ja gut, hier ist ja auch sonst nichts. Ich finde das toll. Ich habe jetzt hier eine Menge von diesen Dingern gesehen, die schrauben hier gerade, also die produzieren den Strom hier. Ansonsten ist hier Internet ist auch noch ein bisschen schwach, aber das wird jetzt anders werden. Also er geht noch wirklich die Scheiben kaufen und benutzt sie hier. Richtig, in großem Flächenmarkt, weil selbst um das beim großen A online zu bestellen, reicht die Internetgeschwindigkeit hier nicht aus. Ach so, ich dachte, die würden den nicht finden. Was kommt dazu? Irgendwann mal mit einer Drohne abwerfen. Pass mal auf, da oben die Fasson, da der Sound, da die Lame. Ich finde es einfach urig. Jetzt habt ihr da hinten, das habe ich auf dem Foto von damals gesehen, habe ich gedacht, was macht ihr denn da noch da? Was ist denn das, das Umkleidezimmer oder was ist das da? Genau, das ist für draußen, für den Garten das Umkleidezimmer und natürlich nicht, sondern wir wollten die Technik vom Kino trennen. Und von daher ist das hier letztendlich der Nebenraum, den wir abgetrennt haben und hier sind jetzt keine Subwoofer drin, also wir haben bei einer Sitzreihe nur ein Single-Bus-Array, fallen nicht über deine Couch. Nicht, dass wir hier gleich einen Umzug haben. Das ist aber hier unser sportlichster Kameramann, das habe ich auch noch nie gesehen bei uns in den Videos. Wenn er einen neuen Job sucht, vielleicht. Sofort. Genau, also hier sind die Surround-Bags drin versteckt, wir haben hier gedämmt, damit hier natürlich auch akustisch was passiert und die Technik ist dahinter. Also ich kann mich ja richtig an den Teppich hier gewöhnen, ne? Der ist halt sehr flauschig, bequem, genau. Das mag ich ja schon. Du hast das hier ein Stück vom Raum her abgezogen, weil es war von vornherein klar, dass die Technik irgendwie separat sein müsste. Da Gästezimmer ist nicht, also eine Wand da reingesetzt. Das haben wir halt so besprochen, genau. Ein paar Kubikmeter Holz wieder dabei gewesen. Richtig, genau. Und dann alles vor Ort hier sauber angepasst. Richtig, mit dem Stoff. Und das sehen wir gleich, dahinter ist ein Fenster und der Zugang zum Garten und der sollte weiter benutzbar bleiben. Und wenn wir das halt so benutzbar gelassen hätten, dann hätten wir da ja eine große Glasfläche gehabt, die ins Kino scheint. Akustisch nicht gut, optisch nicht gut. Und von daher war klar, wir trennen das ab und haben dadurch dann im Prinzip alle Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Wenn ich jetzt das hier so sehe, macht das für dich irgendwie akustisch eine Herausforderung, wenn hier nochmal so ein Durchgang ist, nach hinten rein? Also ist natürlich für die Absorption der Basswellen nicht ganz so geeignet. Aber in dem Fall muss ich einfach sagen, ist die Form und die Funktion wichtiger als jetzt das akustische Ergebnis. Das letzte Prozentchen. Genau, weil letztendlich muss der Kunde sich ja wohlfühlen und auch in der Benutzbarkeit muss der Raum ja so sein, dass man hier gerne drin ist. Was ist das denn? Ich glaube, das weiß ich gar nicht. Ist das eine Lampe? Könnte sein. Ist das abgehängt? Nee, das ist doch Beton. Ich werde es reinschreiben, was es sein könnte. Also es ist keine Belüftungsanlage. Lass mich raten, das ist aber der Beamer, das habe ich erkannt. Das habe ich auch erkannt. Es ist ein 9400er. Das ist ein Epson. Das ist ein Epson, 9,4er. Ja? Ja, ja, würde ich sagen. Das ist das Gerät, was ein echter Klassiker in der Heimkino-Szene ist. Ich weiß ja, da gibt es ja so einen vermeintlichen Journalisten-Kollegen, der meinte jetzt auch nochmal einen Bericht darüber machen zu können. Es ist wirklich ein mega geiler Projektor. Kann 4K, ist super flexibel, Preis-Leistung ist der Hammer, kann alles darstellen, was man raucht. Und wenn er jetzt demnächst noch ein Internet hat, dann läuft das Ding sogar noch mehr, weil dann kann er nämlich mal eine Serie endlich mal gucken. Und dann wird das noch richtig mehr Spaß machen. Also ein tolles Ding. Und wird das Gerät dann noch hergestellt? Ja, klar. Also im Prinzip der günstigste 4K-Bieber. Die machen so viele, dass wir die verkaufen können. Oh. Und das im Jahre 2023. Respekt und Anerkennung. Ich finde das auch. Also passt da super. Und ihr habt glücklicherweise ein Fach gelassen. Das ist auch echt ein Wunsch manchmal. Wenn ihr schon so eigene Fächer plant oder vielleicht was, wo man so ein Gerät reinschieben kann, dann macht es bitte von vornherein etwas größer. Weil die heutigen Projektoren, seht ihr ja, die werden ja nicht unbedingt kleiner. Die werden ja sogar noch größer. Und dann passt das natürlich in Zukunft. Dann wüsste ich ja, was da auch schon oben alles reinpasst. Genau, also so ein JVC oder Sony hat einfach 50 mal 50 Zentimeter Grundfläche mit einer entsprechenden Höhe von 20 bis 25 Zentimetern. Dann braucht man drunter rum noch Luft zur Kühlung. Also von daher lieber zu groß als zu klein planen. Wäre der Beamer zu laut gewesen, das war auch im Gespräch, wäre hier noch eine Glasscheibe vorgekommen und eine aktive Belüftung, dass die Wärme rausgezogen wird aus dem Kasten. Das war aber Gott sei Dank nicht der Fall. Also Lautstärke ist hier kein Problem. Gezockt wird? Ja, Playstation. Fernbedienungen werden gesammelt? Ja. Weil keine Logitech sehe ich gerade, ne? Müssen wir noch eine Alternative suchen? Irgendwann mal vielleicht, wer weiß. Was ist das? Das ist die Playstation, ne? Das ist die PS5. Ach, da hast du jetzt mal richtig hingestellt. Ich wusste ja nie, wo vorne und hinten und oben und unten ist. Weil in dem letzten Video stand es wohl falsch rum, habe ich mir sagen lassen. Aber jetzt habe ich es verstanden. Das war das Easter Egg, was wir extra eingebaut hatten, damit die Leute mal aufpassen. Und was auch gefunden wurde. Genau. Weil die sagten alle, die steht ja falsch rum. Aber die steht so falsch rum, dass man die Scheibe gar nicht reinlegen kann. Weil die würde rausfallen. Das muss der Christian für sich entscheiden. Nein, das war nicht Christian. Ach so, das war nicht. Das war davor. Ja, genau. Das war Sascha? Sascha. Genau, der Sascha. Wenn ich jetzt hier die aufmache, was passiert denn dann? Gar nichts. Dann wird es nur hell, weil da hinten die Scheibe offen ist. Das heißt, da werde ich echt geblendet, ne? Weil heute ist ja schönes Wetter. Heute ist schönes Wetter. Oh ja, guckt mal an. Ach, guck mal hier. Der Kindersitz ist ja noch. Und hier ist die ganze Technik. Oh nein, er hat eine Logitech. Ach, guck mal. Die ist nur noch nicht angerichtet. Oh, da weiß ich ja schon, was ich gleich machen darf. Logitechprogramm, aber du hast ja keinen Internetzugang. Ach nee, das stimmt. Und eine Lampe ist hier. Und du hast ein schönes Reck hier, ne? Was ist das hier, Ikea? Nein, das ist selber gebaut. Echt habt ihr selber gebaut? Der Florian hat entsprechend... Wollte schon sagen, so was Schönes hat Ikea ja gerne. Nee, wir haben nach Maß entsprechend die entsprechenden Möbelbretter bei der Scheinerei bestellt und haben jetzt auch hier 32er Lochmaß an der Seite. Also man kann die Bretter in allen variablen Höhen intern halt in der Höhe verstellen. Hinten, die Rückseite ist offen, damit man auch ordentlich drankommt, damit man es verkabeln kann. Und er hat auch schon gute Steckdosen hier mit Überspannungsschutz und solchen Sachen. Brennstuhl, genau. Ist schon was Vernünftiges hier eingebaut. Ja, sehr, sehr geil. Und hier sind richtig viel Fläche für viele, viele CDs, viele Scheiben und sonst noch einiges. Und es kommt so gut wie kein Licht durch. Ich bin erstaunt, ne? Das ist ja schon ein schöner Vorhang hier. Ja. Das ist auch ein Programm? Oder? Nee, extern. Nein, das haben wir extern bestellt. Externer Zugehörer Lieferant. Mein Lieber, also, es sieht wirklich toll aus. Und was mich wieder wirklich immer wieder beeindruckt, ist einfach die Verarbeitungsqualität auch von den Jungs. Ich hoffe, ihr kriegt da einiges über unser Video zu sehen. Wenn ich überlege, die Jungs kommen hier mit einem LKW an, mit einem Transporter, alles am Material drin. Und dann verlassen die das wann? Wann, zwei Wochen ungefähr? Das hier waren jetzt zehn Tage. Zehn Tage, wie immer. Wie immer. Jetzt gerade sind sie in Österreich. Viele Grüße an Eugen und Frank und bauen in Österreich für ein österreichisches Kundenkino. Danach dann Wuppertal. Und die Schweizer sollten sehr aufmerksam sein, sollten den Kanal abonnieren. Wer weiß, was da in Kürze mit dem Thema Schweiz kommt. Wer weiß das schon? Ich weiß das schon. Genau. Ich weiß, guck mal, Bullet Train hat er. War ein guter Film, ne? Wollen wir einfach nicken. Ah, er nickt. Konntest du in einem Stück gucken oder waren fünf Teile? In einem Stück sogar. Super. Ja, ich hatte mich schon gewundert. Wenn nämlich der Langschläfer sind oder die früh abends ins Bett gehen, dann kommt der in sein eigenes Kino nicht mehr rein. Das heißt, er hat zur Not noch hier einen Noteingang oder Ausgang. Richtig. Und das ist eine Schallschutztür? War da keine Tür? Doch, da ist eine Tür. War da auch eine Tür, ne? Ja, genau. Geht doch. So, und das ist eine Schallschutztür, die also auch dafür sorgt, dass ins eigentliche Haus, weil wir jetzt ja schon nebenan sind, hier auch keine Lärmbelästigung im großen Stil nach nebenan stattfindet. Wunderbar. So, mein Lieber, ich muss mal eine Fähre kriegen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass wir das hier noch kurzfristig machen konnten. Vielen Dank auch, Herr Unbekannter. Das war wirklich klasse. Hat mich echt, finde ich toll. Ich mache gleich noch ein 360-Grad-Foto, damit ihr da schon mal ein bisschen spielen könnt. Für alle, die das jetzt ja auf unserer Facebook-Seite sich mal genauer anschauen wollen. Und dann weiß ich, was ich auf der Fähre zu tun habe. Du musst das Video schneiden. Wer weiß, ob du in deinem Urlaub auch Internet hast. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht haben die sogar noch mehr Internet wie hier. Das könnte doch noch sein. Alles klar. Vielleicht abschließend eins noch. Was willst du loswerden? Wenn ihr Farben haben wollt, wenn ihr kein schwarzes Kino haben wollt, sprecht uns einfach an. Wir können alles bauen, alles planen, alles besorgen. Nur weil die meisten Kinos schwarz sind, müsst ihr euch nicht davon verleiten lassen, das Kino auch schwarz zu bauen. Also wer ebenfalls solche gemütlichen, warmen Farben haben möchte, bitte einfach in der Planung ansprechen. Und dann können wir das entsprechend realisieren. Wir machen auch Runde, wir machen auch Krumme, wir machen auch Gerade, wir machen auch Eckige, wir machen alles da. Das ist das, was wir begleitend mit unserem Kunden entsprechend planen. Richtig. Unter Wasser wird ein bisschen schwer und im Space oben wird auch ein bisschen schwer, aber den Rest kriegen wir vielleicht gut. Die kriegen wir schon hochgeschossen, glaub mir. Mich kriegst du gar nicht hochgeschossen. So viel Tonnen Schub gibt es nicht. Ah doch, alles gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, unseren Kanal bitte abonnieren. Das wäre super. Ich glaube, das sagt man als Profi mal am Anfang. Da habe ich jetzt wieder mal einen Arzt. Na gut, ich bin ja nicht ganz so professionell auf dem Gebiet, aber gut. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, wenn es geht, fürs Abonnieren. Und bleibt dran, wir machen weiter und wir werden weitere tolle Videos machen. Und ich werde jetzt erst mal da gucken, wo die Bibliothek ist. Und die Glocke anschalten, damit ihr auch informiert werdet, wenn neue Filme kommen. Genau, und damit der Dennis auch nicht sauer ist. Genau, dass wir es nicht gesagt haben. Tschüss. 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 Tschüss.